so meine freunde ich stehe hier mitten auf dem platz so wirst du warten bis das städt da ist so ja wir starten heute vom wittenbergplatz meine freunde am kudamm genau hinter mir befindet sich gerade der wittenbergplatz tag nummer 18 pralle sonne wunderschönen chat läuft stream läuft wunderbar genau wir werden mal kurz wir werden mal kurz in den rundgang machen wo wir uns gerade befinden kuro ist heute der erste wunderbar so wir starten heute ich muss auch kurz hier an klicken wir starten wir starten heute hier am kudamm eine ganz andere location da ist der wittenbergplatz wie geht es der kuro alles schick und wir haben wie man sieht wieder perfektes wetter so und daran geht es jetzt heute richtung zoologischen garten ich hoffe man hört mich hier richtung zoologischen garten und dann durch den tiergarten also am tiergarten vorbei am tiergarten vorbei weil sonst immer zu nah reinkommen wenn wir da keine empfangen haben ich hoffe wir werden sie empfangen haben aber jetzt hier lang laufen weil eben auch da vorne schon ein bisschen empfang gering müssen wir mal schauen sie hat schon empfangen weg ja alles gut bei dir bei mir ist auch alles schick bei mir heute 25 grad sehr nice so muss es sein ja ich werde mal kurz jetzt nicht so viel quatschen wir hier ein bisschen rauschen ja weil wir jetzt auch gerade wind haben ich habe ja nicht das beste equipment deswegen wenn man mal jetzt kurz starten und dann sollte man dann auf die hauptstraße sein da drüben dann kann man ja weiter katschen so genau zoologischer garten da war ich auch als in berlin gemacht habe ja mega ja das ist halt bei mir leider so bisschen kuro ich habe halt nicht das beste equipment ich habe halt nicht das beste equipment da muss man halt das nehmen was gerade angeboten wird wir werden auch nicht wundern du bist auch glaube neu bei ihr dabei oder ich weiß gar nicht nicht wundern wenn mal der stream stehen bleibt das bedeutet nicht dass das im ende ist das bedeutet dass ich im funkloch bin der muss halt paar minuten warten ein paar sekunden und dann geht es weiter wenn ich auf dem funkloch draußen bin weil ich nur eine simkarte nutze weiß was meine sobald die simkarte kein empfangen hat denn ist er kurz kurz blau bei euch ja alles gut genau 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 so ist es richtig aber ich habe vor bald auch abzuwählen mit mehr simkarten und so habe ich da auch schon wochen lang informiert wie das funktioniert sehr kompliziert aber es ist machbar und sobald ich dann mehrere simkarten habe klar dann sind funklöcher auch nicht ausgeschlossen ist ja klar aber dann ist der empfang auf jeden fall besser und eine richtige kamera weil jetzt mache ich ja nur über euer handy wie du schon sagtest für den start brauchen wir jetzt nicht hier 1000 euro equipment weiß was ich meine erst mal gucken ob es mir spaß macht wir sind nach tag 18 sind schon gut dabei und dann wird es nach und nach auch abgegradet so auch wie zu hause kommen gleich wieder muss eben was machen macht das so und wie lauf jetzt hier erst mal raus aus dem kudamm richtung tiergarten so genau die kamera drehen bis hin wir wollen uns auch gar nicht so beeilen weil wir laufen eine stunde von hier aus zum hauptbahnhof ist der ziel heute so wo die erste funkhölle aber schauen man läuft noch einigermaßen so ja schade sepp ist noch schule da haben wir wieder bikini berlin ich glaube da kam heute das schort raus oder gestern keine ahnung so aus der hölle raus erst mal jetzt können wir hier bisschen entspannen hier können wir ich habe noch nichts gemacht und ich bin schon am schützen das ist hier so warm wie ist bei dir das wetter so oh man oh man oh man oh man oh man meine stürz ist wieder richtig am grenzen bei uns auch gut warm sitzt aber im keller auf der arbeit na keller ist immer schön wenn draußen warm bis 30 grad heute ist natürlich so warm aber dann ist keller immer schön kühl mega aber wie ist es eigentlich umgekehrt impus wie ist es eigentlich umgekehrt ist eigentlich nur bei dir zu hause im winter im sommer angenehm oder wie ist es umgekehrt wenn jetzt draußen minus 10 grad sind denn ist doch der keller noch kälter oder ohne heizung oder hast du da unten heizung drin oder nicht aber hier sind echt viele schulklassen unterwegs ja jugendliche erinnern wir wieder am zu kennen wir ja schon ich hoffe wir haben jetzt eine gute verbindung hier weil hier waren ja auch ein paar ausfälle so aber du hast dann letztens mal gesagt dass der eingang hier schön aussieht impus ne der sieht auch schön aus klar aber das ist ja nur nebeneingang vom zoo vielleicht kommen wir nochmal bei den 30 tagen zum haupteingang der haupteingang sieht natürlich richtig geil aus das ist dann nur nebeneingang hier aber der haupteingang ist voll baba den kann ich auch noch mal zeigen vielleicht kann man den zoo auch mal als zielort nehmen wäre auch cool also den haupteingang zoo wäre natürlich auch geil im winter wird es kalt und da aber nicht dass man friert ah ok und dann das ist ja dann gut das ist ja dann gut so jetzt kann man hier wieder tierpark ich habe nichts gegessen ich habe hunger aber ich muss mal warten auf die burger aber wenn die wirklich so gut aussehen wie auf dem thumbnail also auf dem bild ich weiß jetzt gar nicht wie teuer die sind ich glaube acht euro oder so neun euro war vielleicht hole ich mir auch heute mal einen chicken burger also cheeseburger und chicken burger mal gucken oh hier wird auch geliefert ich habe in den park geliefert ey mein essen bleibt stehen ich habe bestellt pizza oh scheiße oh man da siehst du da unten der zoo wieder wunderschön jetzt kommen wir gleich wieder am streichelzoo vorbei ich habe noch nichts gemacht aber ich bin schon gut am schwitzen wieder hier ist auch so ein imbiss schleusenkrug da sind wir hier wieder an der steuze genau richtig die haben wir auch schon mal gesehen da tausend tausend menschen hier bei schulklassen pass ich mal auf wenn ich da vorbei laufe die schreien mal rein als ob sie sowas noch nie gesehen haben stick und handy oh mein gott ist das der echte ach ja den weg sind wir ja letztens ja nicht gelaufen wo wir zur siegesäule gelaufen sind da sind wir ja von da gekommen stimmt das heißt die treppe ist auch neu die wir jetzt laufen gerade voll interessant also die treppe sind bei letztens die leute hier laufen also wollt ihr noch mal sehen hier ist schon ein baba oder von da oben kommen wir gerade von da ganz oben sind wir jetzt hier runter gelaufen müsst ihr euch mal vorstellen den höhenunterschied ist schon heftig und da ist Fahrradweg also das müsst ihr euch mal auf der Zunge untergehen lassen was ich hier für Sport mache und hier ist fette wasserfall hier ist richtig krasser wasserfall wie an den nigaria fällen haltet euch fest da ist schon heftig so genau niagara stimmt was hab ich gesagt nicht das andere wort oder was passiert wenn man da reinspringt leute wer weiß es von euch ist das gefährlich oder oder ist es eher so nicht gefährlich nigaria fälle wäre interessant alter jetzt schon mal vor wir gehen da streamen ich weiß gar nicht wo die sind wird recht falsch seitdem ich so moin welche klasse seid ihr neunte ja aber nur klein paar leute nur twitch twitch das ist immer kack wenn ich dann sagen muss ist gerade noch internetverbindung da ist immer kack wenn ich sagen muss ich bin noch klein wir müssen mal ein bisschen besser durch die decke gehen leute ich muss unbedingt neues equipment besorgen ich muss mir hi viel spaß nach schule marci tv wenn du gefragt hast wie ich heiße keine ahnung mann ist das hier immer schulklasse leute das war gestern auch da waren jetzt nicht so viele am start mehr gewesen wo wir beim jugenddenkmal bei der judendenkmal waren da waren 20 klassen gewesen alle fragen so hallo hallo das meinte ich ja also hier bei so in orten in der schulzeit ist katastrophe planschbecken ach ja jetzt aber ja war ja jetzt ein bisschen abgelenkt von dem thema da ne was passiert wenn man da reinspringt kommt man denn da wieder raus oder nicht wird schwierig glaube ich polizei das war hier wieder am bürgerladen aber hier werden wir dann bestimmt wieder empfangsprobleme haben kennt ihr ja da vorne da ist bürgerladen da werden wir dann wieder richtig empfangprobleme haben wir da durchlaufen ich wäre jetzt mal gespannt ob wir jetzt da wieder funkloch haben weil hier an der ecke war ja funkloch ja wie gesagt bei diesem einen becken da eben bei dem wasserfall sieht zwar unspektakulär aus aber wenn man da reinspringt kommt es halt durch die strudel nicht mehr raus weil wir sind immer wieder zurückgezogen in die in den wasserfall rein das ist ja wie so eine gefangene hölle ja ja habe ich mal so youtube reportage gelesen gesehen da wurde es mal getestet wird mit geschirr und so also das heißt hier abgesichert und dann getestet was passiert wenn man da reinspringt und sowas ist ja naja das denke ich war gemeing gefährlich genau 30 minuten ja wir sind aber gut in der zeit glaube ich ich gucke mal kurz auf den piler wir haben mal kurz die kamera rumdrehen das ist eh unspektakulär wenn ich auf handy gucke so was sagt denn die map ohja jetzt immer geradeaus dann kann man zum bahnhof was ist das für ein bahnhof ich muss kurz dann so in Bellevue genau erstmal am U-Bahnhof Handlerplatz vorbei dann Bellevue und dann hoch nach Moabit und dann Altmoabiert immer runter und dann kommt man genau auf den Hauptbahnhof mega also ist noch ein bisschen zu laufen wir laufen auch mal bis zum kleinen Umweg dass wir auf Zeit kommen da links von uns ist jetzt der U-Bahnhof aber wir müssen jetzt geradeaus weiter glaube ich genau 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 da ist der U-Bahnhof genau richtig halb unserer Platz bleibt grün tada ja scheiße äh und da ist die gute Siegesäule wieder ja 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 8 jah olha ja m LOL jah so und äh peco moi was geht willkommen im stream und mir läuft gerade die suppe ein bisschen runter sorry mir geht es wie steht es alles schick alles bestens so aber heute läuft ja gut war heute leckt nicht so doll ich weiß nicht warum das den eintrag da so katastrophe war mit dem stream wo wir zum funkturm gelaufen sind da war auch total bewölkt und schmuddelig vielleicht lag es doch da dran keine ahnung aber so ist es halt aber ich weiß echt nicht warum das so wackelt wenn man live ist ich hab ja gestern die da waren habe ich ja den vergleich gezeigt wenn man halt nur so filmt ohne stream wie geschmeidig denn die kamera läuft aber ich weiß nicht warum das beim stream so katastrophe ist so hier ist der s-bahnhof da ist das durch glaube ich ja nämlich dadurch ich habe keine ahnung ich gucke doch mal schnell wir durch oder nicht durch da müssen durch müssen dadurch habe ich auch keine ahnung ja hast du hast du hast das ja jetzt mal da also davon oder ja du hast ja jetzt auch da also wenn man normal filmt und ich dann laufen dann ist es so geschmeidig die kamera dann ist die linse ganz anders als wenn man live ist komisch komisch durch da irgendwas einstellen oder so ich weiß es nicht das ist denn so so das ist dann so als ob denn die kamera so ein kalibrierungsding drin hat war und man halt nur filmt dass man nicht so wackelt aber wenn man live ist es nicht drin na ja so alle beim essen und ich hab nichts zu essen alle wieder am essen hier ich muss bis bis dahin laufen ich will jetzt zu dem bürger vielleicht weil der live in einer app ist ja das weiß ich ja aber andere stream ja auch mit der app keine sorge bin ja da bin extra bis langsam gelaufen dass wir noch mal die gegend hier bisschen film können guck mal wie schön sie aussieht hier haben wir wieder die spree leute hier haben wir wieder die wunderschöne spree ach das ist ein schöner ausblick hier da ist auch ein boot und da ist so ein party boot was man sich so mieten kann wisst ihr was ich meine aber es ist glaube ich ein anderes boot ist mit glas und so das wäre jetzt nicht so schön wenn man da besoffen ist und dann ins wasser springen würde dann ist auf einmal die glaschirpe davor dann rennst du dagegen und da ist brücke ja wo hast du so ein party boot ne und willst dann ins wasser springen voll besoffen und weiß nicht dass da vorne eine glasscheibe ist bin ich glaube ich bin gerade durch die autobahn gelaufen der bienen so ich weiß gar nicht so von bei bei impus bist jetzt nicht so ein stream war bei impus kennst du oder sich gut aus ja selten aber manchmal ja ja ich will man nur so sagen einfach so weil jetzt gerade da da bist wo jemanden zum reden da habe ich gestern in seinen stream auf twitch war das auch twitter wieder richtig bei fifa geputtet weil man mutter so überlegen eben bis vor allem besser als ich ich muss ein bisschen wild top machen hier impus war mir besser als ich aber ich habe so viel trainiert in letzter zeit jetzt sieht das schwach aus jetzt brauche ich bald neun gegner würde ich mal bald neun gegner suchen also ja wollte ich nur sagen ich brauche jemanden zum reden ja stimmt hast du immer trainiert hast du ja gesagt ja ich habe wirklich in letzter zeit auch nach dem is teams abends immer mal ein ein bisschen fifa gespielt hat sich aber bezahlbar gemacht sehr schön ja genau wunderbar bald kommt neues fifa oder ja am zwanzigsten aber schon ist wirklich gleich wenn ich überhaupt noch ein fifa hole dann müsste ich wieder öfters fifa im stream machen aber fifa 24 also fc 24 habe ich echt nicht viel gesuchtet auch im stream nicht fc also fifa 23 war im stream und mäßig das das meist gespielte bei mir aber das 24 damals gar nicht so viel gespielt mit zuschauer mehr was ist denn hier los jetzt links rechts überall menschen am saufen und am essen oh er los so du verwechselst klickt mit könne ein crime ich dachte wir sind doch da unten von kampf ansage ich muss glaube ich da lang ich habe keine ahnung jetzt mal hier rüber ich muss gleich gucken wo lange ich laufen muss da habe ich aber ganz schön viel glück gehabt in letzter zeit bei den letzten zwei runden wie gesagt wir können gerne heute abend noch mal eine runde starten aber heute abend habe ich noch einen termin so jetzt lieber geradeaus genau kunst guck euch mal das schild an hier mega am wackeln ist das nächste spiel gewinne ich definitiv sagt das bitte nicht so sagt das bitte nicht so motiviert weil sonst fällt es mir umso schwerer dich zu putten weißt du was ich meine warst du schon bei hans im glück essen im tisch war bei 5g meintest du ja du kennst ihn aber warst noch nicht da aber bei hans im glück da hast du schon gegessen ja und das gut ja also bei dir dann hier ist ja gut so mal schauen sind ja weiter nach vorne ist irgendwo hauptbahnhof nicht mehr lange meine freunde aber dann wenn wir erstmal den hauptbahnhof bisschen anschauen gucken ob wir verbindung haben und dann gehen wir was essen ja genau da war ich einmal schon lange her aber mir hat es damals dort geschmeckt ok bin gespannt aber sah auch so gut aus muss ich auch sagen ich weiß jetzt nicht wie das bei dem 5g auf im internet aussieht aber das war wirklich die hölle ich mache nicht gerne über schlecht runter aber wie gesagt so einen schlechten bürger habe ich echt lange nicht gegessen und die cola war auch katastrophe was heißt schlecht das hört sich übertrieben an aber halt von dem preis her schlecht das meinte ich geschmeckt hat das schon also was heißt geschmeckt essen konnte man ihn schon wie so ein burger von mcdonald's und burger king ist ja auch eigentlich schmutz die burger bei burger king und mcdonald's aber schmecken halt auch dementsprechend preislich gut besser ich meine dafür den preis für 12 50 erwartet man schon was besseres ja und nicht so eine matschie pumpe so geil sah sieht es aus ja mal gucken hast du auch bei 5 guys sah es geil aus ok so hier fährt eine straßenbahn ich bin als kind so gerne mit straßenbahn gefahren ich hab nur bei mir gefahren ich hab nur nicht nach vorne naja ja klar der war aggressiv lieber auch züge busse und so ja so ist aber schön so wie viel straßenbahn fahren denn hier da ist einer da kommt schon die nächste ist der wahnsinn hier viel verkehr ja naja ist halt die linie zum hauptbahnhof ich bin gespannt ob wir da verbindung haben hoffe ich mal kann aber nicht so sein mal sehen also kann halt nicht der fall sein dass wir auch ähm ne andersrum man jetzt habe ich wieder gesprochen kann halt auch nicht der fall sein er kann auch der fall sein dass wir auch keine verbindung haben so jetzt habe ich weil wir hatten trotzdem mal nix aliexander platz nix warschauer straße war auch hier gewählt aber soll es schafft oh mein gott das war knapp gewesen glaube ich ja jetzt ist glaubt gut okay ja okay meine freunde jetzt ja man merkt schon wir kommen richtung hauptbahnhof hier ist wieder katastrophe so wir machen mal kurz ich bleib jetzt mal hier gut stehen ich hoffe jetzt läuft es eine weile ich hoffe jetzt läuft es mal durch hier und bleib dich hier stehen das war wieder gute verbindung okay ja meine freunde genau sie fahren zu dir noch mal ich hoffe jetzt muss ich jetzt nicht zum dritten mal sagen ja hans im glück hast du anscheinendlich gelesen titel genau ist richtig wir gehen hans im glück warum kennst du es schon auch okay mega der plan für jetzt meine freunde ihr habt gerade gemerkt so nah wir am hauptbahnhof frank kommen ist verbindung katastrophe katastrophe in der plan wird das so sein wenn man an so in orten gehen wir laufen jetzt einfach hin zum hauptbahnhof entweder baut sich die verbindung auf immer wieder dass wir die verbindung behalten oder der stream startet immer neu was ich dann wieder ins video reinschneiden werde bist du auch ich meine katastrophe ja also ich finde die bürger sogar die vegetarischen obwohl ich sonst lieber fleisch echt gut okay ich bin echt vielversprechend bei euren aussagen mal gucken bin ich da bin ich da bin ich da hier ist der hauptbahnhof leute wir sind noch einer von der seite jetzt da ist der hauptbahnhof da oben also wir haben nicht auf jemals schon mal gesehen schnell filmen bevor er wieder weg ist und das eingang da müssen wir hin so noch mal schnell mit meinem gesicht hauptbahnhof aber wir sind noch nicht ganz da doch wir sind eigentlich schon da aber wem ist das hier rüber oha oha ja macht er mal grün hier scheiß ampel jetzt kommen die noch da hinten habe ich eben das noch letztens gesagt die ampel sind immer so schnell groß also hier nicht sind die ampeln zehn minuten worden jetzt fahren die noch oder was alle die sind langsam grün war die kurz grün was ist denn hier los ich bin weg hier was los hier meine jüte alle wach verfolgungsjagd echt mal alter 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 so meine freunde da ist der hauptbahnhof leute habt ihr den schwarze sehen bestimmt war aber ich glaube der bürgerladen ist auf der anderen seite das heißt wir müssen denn dadurch ganz schnell dadurch waren was denn hier los krass 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 ne wieso einfach nur so einfach nur so so okay meine freunde hier ist samtel wir haben einigermaßen noch verbindungen hier da ist der hauptbahnhof leute das hat es für das krasse samtel irgendwas davon schon rauf denn so denkst du ich google hauptbahnhof ja so meine freunde wir haben es geschafft einen hauptbahnhof nach einer stelle 16 mit ein paar komplikationen hatten da hinteraus abbrüche aber das kennt man nicht anders bei mir ist für das protokoll davon ist es wirklich dass ich wunderschön das warum ich das alles erhole genau wir befinden uns jetzt beim hauptbahnhof für das video ist jetzt hier ende aber wir gehen auch bürger essen das werde ich natürlich hinten ran hängen in ans video in die endcard und das und das ja komm ruhig durch und das hauptvideo werden wir auf den zweitkanal machen wieder wenn meine freundin das bescheid wisst wir werden kurz endcard machen mit bar clip so und dann hauptvideo auf zweitkanal genau somit bedanke ich mich fürs dabei sein das ziel erreicht hintergrund hauptbahnhof da gibt es auch durch und wir hoffen dass wir dann auch verbindung haben bis am ende bis zum bürger laden ich hoffe wir kommen da an wenn nichts kommt dann war nix in dem sinne haut rein an der stimme zum beispiel weiß ich merke ich mir auch drei meine freunde tag 19 morgen adios du bist jetzt schnell durchlaufen dich doch da ist doch wahnsinn aber bei mir lekt das film ich bin entweder da nicht da keine ahnung na dann haben es auch gleich geschafft sind gleich durch ja ich würde auch gerne den hauptbahnhof das film weil es schon geil wie es hier aussieht aber obwohl internet läuft ja gerade ein bisschen war wie gucken wir schnell für sich so von dass du hier mal ein bisschen den krassen hauptbahnhof siehst kann man nicht googeln war da guck mal wie es aussieht hier unten es gibt noch weiter nach unten da da unten geht es jetzt fahrstuhl da geht es nach oben und da lang ist riesengroß hier ist heftig 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 ja 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 das ist halt hauptbahnhof ne also es gibt jetzt zwei tage nach runter glaube ich oder drei und dann noch mal zwei tage nach oben die eine da oben ist die s-bahn und ja und da unten ist dann die fernzüge regionalbahn und ICE und sowas genau so und da geht es wieder raus so wir gehen raus 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 4 legs aber kurz nur sehr angenehm ok ja es geht ja so wie geht es hier erst mal morgen willkommen im stream aber wir haben hier gute verbindung also nicht zu ja nicht zu nicht zu schnell sagen aber ja mal gucken hier ist ja die spree überhaupt an der spree schon vorbeigelaufen heute hilfe und da auch das cocktail party wir sind auch überall party nicht aufgebaut und da kann man sich hinsetzen am wasser ist schon echt cool hier und wenn morgen wie geht es der band alles schick und da ist dann noch mal hauptbahnhof eis war von hier auch zampel machen war oha eigentlich schon von hier ist baba zampel war hier schon gigantisch hier ja bei mir ist alles schickt wenn die boy wir jetzt gleich in den bürger laden rein und hoffen aber dass wir eine verbindung haben weil der bürger laden ist leider im hauptbahnhof drinne schon schön hier war was haltet ihr mal davon was man auch machen kann aber jetzt komme ich auf die richtig baba idee leute jetzt komme ich auf eine richtig geile idee wenn ich mein neues equipment habe jetzt bin ich mit dem hier damit klappt das nicht aber wenn ich ein neues equipment habe so auf ein schiff fahren ein schiff stream machen durch berlin durch hier was jetzt hier gerade fahren ey das wäre doch mal geil oder einmal so die spree rundfahrt oh mein gott das wäre auch geil das wäre auch geil da kann ich sitzen weil dann ist ja die challenge eh vorbei kann auch mal ein bisschen sitzen da muss ja nicht laufen immer einfach sitzen equipment auf dem schiff aufbauen und dann eine schiff eine schiff rundfahrt machen aber dafür brauche ich halt wie gesagt dann das andere equipment weil auf der brücke haben wir keinen empfang es ist katastrophe ey das andere mann schiff voll geil aber da sieht man nochmal die party ich habe es dran so man da naja so dieses von von oben aus na aber abends ist da richtig action hätte ich auch mal richtig bock drauf so abends denn hier zu streamen mit party lichter cocktails das wäre richtig geil war auch weiß nicht wo er ist er könnte unten sein auch ach da steht dran der hansen glück online wir müssen da runter damals schon keine verbindung leute da 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 unten steht es an dem ersten ein hoch wir müssen da hoch leute da steht es dran wir müssen da oben empfangen haben leute scheiße ich hoffe ich probiere es mal ok scheiße zwei balken da steht hansen glück da kann man sich raussetzen ah guck mal hier mit terrasse draußen ich hoffe wir werden hier auf dem platz und empfangen ist alles voll leute oh mein gott jetzt gucken mich alle an hier aber aber da hinten mal platz oder ach von hier leute von hier kommt man auch rein guck mal läuft noch von da unten von da unten kommen wir so läuft gut zu wissen ja das ist ja was ist denn mal hier reinsetzen denn ja hier sind doch komische leute ich gehe mal gleich und da setzt uns dann hin leute da kommt es genau pünktlich wir haben die laden gefunden genau hinter uns ist da aber es ist auch eine geile location hier aber back ja wir haben da echt keine verbindung leute so richtig boah mit der geile wand hier es geht wie ist die verbindung leute aber ganz ehrlich ich habe hier so einen hunger seit über einer stunde schon und die essen erstmal neben mir so einen saftigen burger ich muss ja warten so kommt ein burger ist das für mich ja super gucki danke guck mal noch Freunde die stunde da war eins guck mal noch 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 Vielen Dank.